Das könntest du tun, lass das. Ich hab ein Ankaufen, das kann ich nicht. Ich kann dir nicht einfach hin zu dir gehen und sagen, du kriegst das jetzt alles von mir. Nein, rein zu wirklich schenken wäre ja... Warte, ich klicke mal. Klicke mal auf meinen Fischer-Kotter. Kredits fordern, Handelsembargo, Expeditionsjob, Handelsembargo. Verbietet Necrowemm aktiv mit anderen Spielern zu handeln. Hä? Nee, das will ich ja nicht. Nee, ich kann bei deinem Schiff nichts anwählen. Nee. Ach, du möchtest keinen Fisch kaufen. Nee, warum? Ich hab ja Fisch. Nee, ich dachte, du hättest keinen Fisch. Keine Ahnung. Doch, doch. Ich konnte doch mein zweites Ding bauen. Na gut, ich fahr wieder zurück. Tja, seh, wie Zeitverspendung. Dö, das ist sowieso egal. Alles egal hier, alles scheiße. So, aber jetzt langsam läuft es bei mir dann auch wieder an. Das ist schon mal nicht schlecht. Machen wir halt hier so einen kleinen Marktplatz mittendrin. Völlig unnötig. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Inseln mega klein sind. Seid ihr noch da? Ja. Okay, gut. Boah, ich hab mich schon erschrocken. Ich hatte nicht... Je, so klein sind die Inseln gar nicht. Ich dachte schon, ich wär euch jetzt los. So, dann lassen wir die Bürger nochmal aufsteigen gucken. Gucken, ob wir es mal probiert. Gucken, gucken, gucken. Schauen wir dann nochmal, ob das nun funktionieren kann. Du spürst den Rottnuss halt nicht. Nee, nee, ich spür halt nicht, wie das... Pat hat auch viel vorteilhafter, das da unten. Mein Konto hängt halt so voll in so einer kleinen Schneise. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Nein, 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 nein. So eine Scheiß, aber... So eine Kacke. Ach, jetzt kommt er das abholen. Oh, Fick, ja. Vorher hat er das nicht gemacht. Ich hab bei Amazon gerade mal nochmal ne kleine Lieferung bestellt, hier so. Werkzeugmäßig. Fülle ich. Was willst du denn? Ja, Futter, hier ist doch... Ach, da du Idiot. Frist oder Stück. Ja, aber der hat eine Müsse, stimmt. Ja, Futter. Erfüllt, schön. Kann sich irgendwie noch Futter generieren? Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ich... Okay, ne. Fickslappen wollen Bio-Kost. Ha, ha, ha. Das tut mir leid. Ach, ich muss mehr Häuser bauen, okay. Super, ich kann so eine Fischerhütte mitten ins Wasser bauen. Wie verbinde ich die denn jetzt bitte mit dem Land? Gar nicht, musst du nicht. Muss ich nicht? Das, äh, Fischerhütten sind meistens in der Nähe vom Depot vorne und das hat fliegende Ein... äh, fliegende Fahrzeuge. Muss man drauf achten. Ach, so. Oh, ja gut. Nur die Bucos auf dem Land, die haben, ähm, super, die rumfahren. Deswegen, das funktioniert. Ah, da brauche ich die ja gar nicht mit dem Weg verbinden. Ja, gut zu wissen. Das ist echt gut zu wissen. Ich dachte schon, ich wäre jetzt hier irgendwie so im Nachteil. Oh, nur ein Werkzeug. Los, generier mir ein Werkzeug. Arsch. Fock. Boots. Ha. Was kann ich für Sie tun? Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Willkommen. Was? Ach, der, ach so, der kann nicht so viel tragen. Sie verbessern sich selbst. Okay, das war's. Dankeschön. Dankeschön. Ich sage mal natürlich Hey. Na, Hey. Omo. Alles klar bei dir? Duft, duft. Ich will mich auf die rinne sein. Snege? Snege. Snege. Konnichi, Konnichi. Konnichi, wat? Konnichi, what the fuck? Okay, gut. Jetzt habe ich das. Was ist mit denen los? Verdammt, negative Ökobilanz auf der Insel. Lade Datenbank mit Steuerungsroutinen für Fahrzeuge. Steuerung von Fahrzeugen. Nein, ich heiße nicht Siri. Und ich kenne auch nicht den Sinn des Lebens. Wie geil, diese Eve hat gerade gesagt. Nein, ich heiße nicht Siri. Und ich kenne auch nicht den Sinn des Lebens. Weißt du, weil wegen iPhone verarschen und so. Richtig geil. Mega nice. Nein, ich heiße nicht Siri. Und sie können mich mal hart am Arsch lecken. Geil. Und dafür habe ich studiert. Verdammter Mist. Hätte doch Arzt werden sollen. Hä? Sagt gerade einer meiner Häusern. Und dafür habe ich studiert. Ich hätte doch lieber Arzt werden sollen. Ist Arzt nicht ein Studienberuf? Warum hat denn der kein scheiß Fisch? Mein Fischvorrat ist voll. Das, meine Freunde, verstehe ich dann eben nicht. Nein, nein, nein. So, ich möchte jetzt auch nicht mehr mit euch handeln. Ihr könnt mich mal im Sack lutschen. Ah, ach so. Die müssen sich erst mal besorgen. Ja, ja, die müssen sich erst selber besorgen. Ja, genau. Das war, was ich meinte. Hätte doch Arzt werden sollen. Okay, gut. Es funktioniert. Nice. Okay, damit können wir weiterspielen. Jungs, es geht bergauf. Ihr werdet ruhiger. Überlegt, wo ich im Stab sind. Die mich gerade beschäftigt. Hör auf an hier rumzuspielen. Ist ja ekel. Ist ja ekel. Ach, das hat nur der so laut. Du schöner Fisch, Willi. Du schöner Fisch, Willi. So, Symmetrie ist eh für den Arsch. Hm. Ich brauche hier einfach. Was? Wer ist eigentlich dieser Symmetrie? Ja, du kannst dem Spiel irgendwie extremst schwer nur eine Symmetrie beihalten. Oh, das geht nicht. Ich brauche noch mal ein paar Gebäude. Oh, falscher Knopf. Toll. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Wo? Warum? Warum? Mach ich Hamburger. Ja. Die sagen mir die ganze Zeit, ja, die Einwohner hauen ab. Alles, was die brauchen, ist da. Echt? Ja. Äh, steuern. Steuern? Schug nach deinen Steuern. Steuern. Nicht, dass die zu hoch sind. Ja, warum haben die die hoch gemacht? Wenn du die im gelben Bereich hältst, ist das noch okay. Ja, ich will die im grünen haben. Grün, du Funz. So. Haben wir das auch geklärt. Die waren bei mir ganz im Roten. Ja, scheiße, man. Ja, habe ich nicht gesehen. Habe ich auch eigentlich nicht gemacht. Leider doch. Ne? Geil, man kann sein Konto ausbauen. Ja, scheiße. Weißt du, sowas sagst du einem nicht. Kann man noch andere Gebäude ausbauen oder nur den? Ne, nur den, ne? Später, glaube ich, kannst du noch andere Gebäude ausbauen. Ich weiß nicht. Aber wenn du das ausbaust, erhöhst du ja die Kapazität dann erst davon. Logisch, ne? Das ist wohl wahr. So schlauerig und so. Du bist ja ein ganz, ganz toller Junge. Wo baut man das denn hin? Ach da. Ach so, an Flüsse. Hallo. Produktion gestoppt. Produktion gestoppt. Junge, ich habe auch nur Probleme hier. Meine Fresse. Ach so, weil mein Lager voll ist sowas. Nö. Ach so. Ach, die gibt sogar die Meldung einfach nur, wenn die voll sind. Ist ja dumm. Ist ja voll gesteuert. Gut, mein erster Fluss kommt da hinten. Dann bauen wir doch mal ein paar... Warenlipos. Nebi hat das geile, der kann später an Flüssen mit Wasserfällen Staudämme bauen. Ja. Das bringt unglaublich viel, was die Energiewirtschaft angeht. Ah ja, okay. Cool. Das ist cool. Ah, da speichert jemand. Ja. Hast du eigentlich Autosave an, oder? Ja, Autosave. Okay, gut. Alle 15 Minuten. Ja, ja, oder ich wollte nur wissen, ob du das jetzt selber machst die ganze Zeit mit dem Speichern, oder ob der das mit dem Autosave macht. Ne, ne, ich mach immer Autosave. Das bin ich hier. Ist ja geil. Das ist so geil. Das ist so geil. So, jetzt kann ich auch endlich mal hier so scheiß Sand abbauen. Stoop, stoop, stoop. Okay, ich hilf mir, da. Hm. Zeit, dass ich mal gucke, was ihr so macht. Nein. Nein. Also das ist... B-b-b-b-b-b-b-b-bastig. Na ja, wenn wir dieselben Gebäude haben, dann sollte ich das sein. Oder im Wasser gebaut. Fischereien im Wasser. Geht das? Ja. Wusste ich gar nicht. Ja, das meinte ich ja eben, weil ich hätte sonst keine weiteren bauen können. Weil ich halt da so ungelegen sitze. Hier hast du doch noch eine Küste. Da, wo deine Industrie ist. Brauchst du ein Depot hin und dann eine Fischerei. Das geht nicht. Oh, okay. Hab ich schon probiert. Sebi? Ja. Weil Sebi, das sieht gut aus. Voll öko und so. Voll stylig. Ja, Sebi hat halt immer diese Blocks gebaut. Das ist eigentlich auch keine schlechte Bauweise. Das ist schön kompakt. Ja, das funktioniert auch. Wo ist denn dein Stadtzentrum? Du hast den Konzert. Zwei. Weißt du, wir bauen ein geiles Casino und der baut ne Konzerthalle. Wo ist denn dein Stadtzentrum? Echt mal. Casino und Alkohol. Ja, Mann. Rules. Ach, hätte ich Burger. Verdammt, ich bekomme hier von nichts. Warum bekomme hier von nichts? Hä? Du hast es nicht verdient. Wo riecht ich das denn her? Ach, da her. Kann ich das noch drauf bauen? Na super, ich kann auch diesen Ding kein Bo- Äh, Dings bauen. Kein Gemüse. Nicht hier. Oh. Oh, du kannst kein Gemüse bauen. Das tut mir aber leid. Die Scheißinsel. Hat fehlende Fruchtbarkeit. Das ist Dreck. Und das ist Dreck. Das heißt, mir fehlt die Fruchtbarkeit Gemüse. Ja. Ach, man kann Wald vernichten. Geil, weg damit. Man braucht den Dreck. Tschüss. Ich will hier eine schöne Übersicht haben über mein Dorf. Egal, ich brauch das nur, um damit die Leute sich weiterentwickeln. Naja, darum geht's aber. Ja. Ha. Hauptsache, äh. Haben wir erstmal ein ganzes Stück Wald eliminiert. Wer braucht die Scheiße schon? Weg mit dem Dreck. Wann kann ich ein... Ah, nee, ist ein Kommandoschiff. Kann ich eine andere Insel besetzen? Geht das schon? Weiß ich gar nicht. Ja, dafür musst du ein Großschiff. Äh, dafür brauchst du, finde ich, ein anderes Schiff. Für irgendeine Inselschiff? Cool. Ich muss Biokost anbauen. Immer diese Öko-Sales. Geile Sache. Also, allen weit weg, der mein Bereich ist. Insel ist geil. Bitte was? Hast du gesagt? Ich dachte gerade, die Insel ist geil. Also, ich will nur eine, wo es Fruchtbubble gibt. Ja, ich glaube, man muss aber erst mal den Boden analysieren von der Insel irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das macht. Das weiß ich natürlich auch nicht. Noch nicht. Der Bergbau aber so verstreut. Nack, 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 nack. Nack, 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 nack. Nack, 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 nack. Jeder hat Random Quests. So, weil ich kann nicht handeln. Es kommt keiner. Irgendwas abholen. Ja, es ist ja nicht so, dass du einfach irgendwo hingehst und sagst, ich will jetzt das und das. Die anderen Leute müssen auch handeln, wenn die anderen wollen. So was wegschmeißen irgendwann? Wie meinst du das mit wegschmeißen? Ich habe einfach viel zu viel Fisch. Na gut, dann laufen die Häfen halt voll. Wie können die volllaufen? Wird nichts mehr abgeholt. Ja, ist doch egal, das ist einfach da. Ja. Dann kannst du rein theoretisch sogar Gebäude abreißen. Äh. Brauche ich nicht. Dann halt nicht. Vor allem halt Deko. Die stehen halt einfach da rum. Okay. Ja. So, und worauf warte ich jetzt? Oh, ich müsste die Betonfabrik auch bauen. Das hört Jugend forschen. Okay. Jugend forschen. Komm schon. Wir brauchen ja eine Betonfabrik. Komm, noch eins von dem dämlichen Asbest. Verzeichne im Besitzname einer Insel. Wer war das? Grün hat eine neue Insel eingenommen. Fettes Grün. Ja. Ja, ist trotzdem eine Frage, wie du das gemacht hast. Ähm, ein Schiff, Waren rein, hinfahren, und dann kommt der Buttonkonto aufbauen. So. Ich wusste es auch nicht. Ich wollte eigentlich auf die Insel und die, äh, forschen, aber irgendwie geht das nicht. Keine Ahnung, wie man das macht. Irgendwie weiß ich nicht, wie man die Ökobilanz von der Insel aufruft. Ich nehme die oben rechts. Sieht nämlich sehr fruchtbar aus. Ich hoffe, das funktioniert. Mach dir mal, ich hink nur etwas hinterher. Was ist denn die oben rechts? Ja, nicht die große, sondern die ganze, die rechts über dir. Da bin ich gerade schon drauf, du warst. Die rechts ist über dir. Ja, über, über meiner Dinge jetzt, rechts über mir. Ja, da bin ich drauf. Ja, die du gerade eingenommen hast, du Idiot. Ja, da bin ich drauf. Ach so, über der nochmal. Na, hat der das echt nicht gereinigt, ey? Lol. Da gibt's, da gibt's natürliche Wasserspeicher. Das ist ja hart. Ist ja geil. Ja, die Insel kann ich auch vergessen. Warum? Die Ökologie stimmt hier nicht. Wie kann ich das denn herausfinden, ob da die Ökologie stimmt? Jugendforst, halt. Also, ich bleib mal bei meinem Tutorial erstmal hier so auf meiner Insel. Die ist ganz cool. Das ist ganz cool.